Spielt den Ball in den freien Raum. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, riesen Jubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und der Treffer hier vom Käpt'n. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.